ja hallo willkommen mein name ist dann die welt und ich begrüße euch zurück zu let's play monster hunter 3 ultimate für die video bams mit mir dann die wahlp in monster hunter 3 ultimate ja ich habe jetzt offscreen mir ich glaube zwei golden fisch köder gemacht und ich glaube vier gefangen ich hatte fünf dabei einen habe ich leider verloren aber ich habe jetzt die menge die wir abgeben müssen und ich habe einen golden fisch zu viel dafür anscheinend geld ich dachte ich kann den behalten man dann will ich jetzt kennen so er sind vorgarten personen aufregenden angelpart der reich von weise nicht nämlich und ja wie es aussieht haben wir jetzt nur noch eine einzige einen sterne quest übrig die machen wir auch noch das irgendwie war mit korallen sammeln glaube ich machen wir das doch aber glaube ich schon alle ich weiß nicht ob sie noch mal welche dazu kommen aber das erste haben wir auf jeden fall total nach 10 und speichern er war erst nach ein paar falls irgendwas schief geht so kann man mit mir reden okay na ja wenn ich möchte machen wir die letzte ein sterne mission und zwar besorgen acht rote korallen steine ich versuche mal den haarspang und roten krein stein auch ich habe angst vor wasser ich bin ein idiot ich nehme mal an das ist für unter wasser deswegen ja manchmal gibt es auch irgendwie so gerichtet die ein schneller schätze und so finden lassen kann ja manchmal erst dann machen wir erst alles so bei auskämpfen würde ich sagen ja bald kommen werden jetzt machen wir es noch den ganz langsamen langweiligen dreck und irgendwann kommt die ganzen fliege auf einmal so ich wahrscheinlich eine spitze oder so okay dann muss ich hier wohl nichts abpacken anscheinend da gucken wir mal genau für irgendwie hilfestellung ist so einfach machen müssen acht rote korallen steine das preis begebungsstab wie hauptmann zur ep auf und fisch okay dass wir müssen wieder unter wasser ich dachte dann irgendwie so sache nicht ab hat man muss mit spitze können aber anscheinend nicht schade ja irgendwie etwas kampf schwach jetzt ein paar aber kommt alles noch immer noch von die blöde ausrüstung ich habe ja noch keine riesigen monster die ich bekämpfen kann eine volle imba ausrüstung mal und ich hatte noch maximal ich idiot wenn ich maximal egal gibt hier auf das sind diese fisch wie ich jetzt die dinge alle und fische wird natürlich wieder sehr 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 schön ep auf war noch diese fücher nicht so ein monster lexikon oder so man kann sogar mit dem ding stimmt die muss man sich kaufen er macht man nicht mal platz und von euch habe ich noch nie irgendwie so was bekommen kann das sein ich weiß nicht guck mal was ihr hinterlasst wenn ich da kann ich mal fischen geben warum die auch immer korallen spiel dabei nicht haben und seine reihe nein ich habe irgendwie nicht die die vielleicht die laufen sind sicher um glaube ich stimme einig einfach weiter als wird hallo habe ich irgendwas finde da sage ich doch korallen stein immer am boden oder so ich habe ich habe mir klochen am boden wenn es geht aber hier acht stück wirklich 23 ja ich doch irgendwie alles aufnehmen was ich im spiel mache und ich eigentlich nicht so geplant der schwarze perle ok wie er scheint ja schnell zu gehen ein paar mal vielleicht das gebiet einmal wechseln und dann müsste ich ja eigentlich alles haben einer glaube ich jetzt vier fünf jungen wo perle was ich dann auf einmal gehe er weg dass ich weiter suchen kann ich glaube ich glaube ich in diesen großen kämpfe ja ich bin doch noch nie der erfahrung sammeln muss hat ja auch nicht von mir ab verlangen hallo leute für die schraube noch mal im nächsten video meine aus der anzeige ich mal darauf achten lag ja groß wird ja wohl nicht schon wieder darum schwimmen oder 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 aber dann kommen wir mal hier unten scheint mir die einfachste methode zu sein die dinger zu finden ich habe immer noch fünf übrigens ich will 678 haben nix schöne aber versucht so ein viecher mit einer abrufe zu erledigen hat geht irgendwie nicht oder ja was das stich 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 zieht solange stich 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 meine ich stehe ich auch das ist so nervig doch gar nichts ein bisschen rum wenn ich eine wir suchen sechs übrigens schon 7 also das ist gut aus hier so 8 oder schwarz perle keine ahnung das ist 8 jawohl 9 ein halb zu wien hier sollen jetzt raus ja da wird langsam die luft aus ich sollte mal ein bisschen luft tranken ich hoffe ihr habt den sarkasmus hier verstanden wie wird sie denn mit einer pool erledigen das geht doch gar nicht weil ich habe die normale angriffen die haben nichts hinterlassen deswegen denke ich mir mal ich brauche eine abhune um loot von denen zu bekommen aber anscheinend nicht oder ich habe einfach eine ganz beschissene abhune könnte natürlich auch sein weil ich irgendwie so eine weiß ich nicht ultima abhune aber endlich wer luft ich für beinahe steckt man den sarkasmus erkannt stehe ich was zum teufel was war es dieser mensch mich anzustechen wir haben alle einsternige missionen erledigt noch mal noch irgendeine mission versuchen wir ist voll können wir mal versuchen gegen das erste große monster zu kämpfen ich beinahe hatten wir ja schon mal zur auswahl oder oder da kann ich auch endlich ausgenieren paar sachen farmen von dem fähig also hier ist man so was ich hier schon und screen erledigt habe werde ich dann auch auf screen fahren um die ganzen klamotten zu bekommen tut das gut oder soll ich das hier ist mal aufnehmen ein bisschen zu blöd ich wollte schon sehr oft erklärt und das erkläre ich jetzt nicht noch mal okay 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 jetzt abgeben und nach hause gehen da kommen wir nur sofort von den dicken intern sehr schön ach guck mal fischchen ich fangen wir noch an kommen und das ist verdammt nein nein also war die daten aus der hause blick jawohl jawohl viele sachen da brauche ich für waffen ganz oft glaube ich so wichtig ist erst mal geld ich sollte man vielleicht weiter betonen zu gucken was auf den anderen seiten ist habe ich noch gar nicht gezeigt aber naja niemand will reden gut könnte mal auf verfahren noch kurz vorbeischauen da los ist noch gar nicht nachgeguckt hier werden nur so insekten und pilz box und so was alles jetzt nicht da kann ich insekten anpflanzen was ja gott weiß was hier passiert ich weiß genau dass ich dir etwas erzählen wollte aber ich habe vergessen war weiß ich das wichtig ist glaube ich also wird das bestellen nur sammeln dann bauen wir mal an und zwar was können wir anbauen was haben wir noch ganz wenig und können wir oft gebrauchen zum beispiel mal den anbauen flotte pheromone ja ein paar zyklen damit war ganz viele insekten bekommen warum auch immer okay hi wie geht's groß monstern wohl noch keine ich habe ja noch keine gesehen so hi du bist immer noch da da war das ja da war das ja ein mega käfer ist ein mega bruder schon als glaube ich geholt ja aber noch mehr da kann so ein paar weiß ich komme reiß zählen bekommen wir ja damit obwohl jetzt eigentlich egal ja ich habe keine realitäten deswegen lassen wir das monstern so dann haben wir alle stufe 1 dinger abgeschlossen das ist ein glück sagt was sich was das fragezeichen fest zu bedeuten hat das gehört dass wir hinterquests anderen monster auftauchen können sei auf der ruhe erwartet das unerwartete ja dann gucken wir mal erntetor sand ebene da können wir mal eine neue ebene begutachten okay gehen wir mal zu den sand ebene das war erstmal okay dann tue ich mal mit euch ein neues gebiet erkunden das kenne ich natürlich schon aber wir gucken uns zusammen an wir sind wir ja nicht sagen ich weiß nicht mehr für was ich den gebraucht habe ich brauchte ihn immer sehr oft so jetzt können wir theoretisch 50 minuten hier rumlaufen aber lassen wir das so was kann ich für dich tun jäger schätze dass ich dir besser denn ganz mehr passt doch auf hörste ration okay da wir haben nur eine karte leider nation die putter mal direkt kraut und sowas haben auch noch warum wir uns mal ein bisschen hier um hat hier so für monster umfleuchten zum beispiel die viecher hier die töten wir mal direkt die sind neu das heißt wir müssen das töten von vorne kann man den natürlich nicht angreifen bei den dicken panzer also meine volle immer waffen was ich noch nicht habe aber bald ja ok zittern nicht so rum meine zuschauer warten und da kommt genau na los jetzt kommen ja gott jetzt schon jetzt schon was kann ich denn gar nicht mal anrücken witzstein steck ich mal eben da und jetzt kommt mal her hat sternchen gesehen ist dagegen das ding nicht gegen gerannt alter habe ich noch gar nicht angegriffen ich bin so geworfen einfach egal was zum teufel so in der roßfleisch jetzt mal gucken tut das dinge jetzt automatisch verdammt ja man muss mehr rohe fleische haben damit das lohnt dann brauche ich mal ein anderes ding eigentlich gar nicht mehr ich hatte zu automatisch irgendwie werden so in der überschreibung stand da doch kommen wahrscheinlich so irgendwann nämlich so wo ich die alle erledigen muss aber da mache ich jetzt nicht die ganze zeit ich brauche springen ob wir weh weh so ich fange mir hier einfach nur was wird der käfer und sagt mir sehr ich nehme jetzt einfach so viel möglich noch mit bei mir in einigen gebieten kann ich gar nicht reingehen weil da irgendwie extreme hitze und ich habe kein kaltgetränk zwar normalerweise bekommt aber da man ja hier ins gebiet sozusagen vorgestellt wird bekommt man ja nichts da sind die guten katzen die tue ich nicht so hier kriegt man glaubt die schlaggeber denn den brauchte ich für irgendwas immer die vernetzte wochen und käfer fahrt der schlaggeber ich glaube ich für viele rüstungen oder so ich weiß auch gar immer egal da ist die höhle war dann weiß ich noch aus dem 3d spiel sind wir so barbas ne papras barbas haben wir ein spiel mit noch ich weiß das spiel geht bei mir richtig lahmarschig los aber gerade hier noch da kommt noch ganz viel action dazu sauber packe ich der zweck warten wir das mal weg das blüte okay ja vorräte wohnen liefert bedeutet glaube ich dass ich jetzt nach hause gehen kann da ist dann machen wir das auch ich würde sagen vorher guck ich noch mal für mich so nicht annehmen kann gebiet werden wir sowieso noch auf 10 und auch so ein paar bosse auf uns ne ok auch meine ausdauer na tun wir mal ein blutiges steak fressen keine ahnung die möchte ich nicht so mit mir rumsteppen lieber nur gebratene oder gegrillt steaks die richtig gut gegrillt sind uns dabei kein schmetterling mal hier nein ok also so noch einen platz für die vorräte oder so da war es eigentlich schon für diese mission hier wird glaube ich tat zu passieren kann ich jetzt hier abgeben und dann sind wir wieder fertig hier steht mir was zwischen den 10 schätzt es besser die das hier was gut drauf auf hörste und fisch köder geil wenn aber her heißen spitzakke geil immer noch ein paar sachen hier raus ja kommen wir jetzt glaube ich nix doch jetzt noch ein worum wetzstein und der extremer wurden der galerie hinzugefügt gut okay war es doch schon in dieser folge ich würde sagen guck mal ob ich schon irgendwas großes erlegen kann schmerzt der jahr denke bei erledigen gut dann macht man das mal in der nächsten folge okay aber ich sagen ich spende im partie und wir sehen uns in der nächsten folge von let's play monster hunter 3 ultimate für die video ich bleibe mich alle herzlich zuschauen sagt bis zur nächsten folge runter her 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 Vielen Dank.